Mit welchem Streitwert hat ein Vermieter zu rechnen, wenn er seinen Mieter verklagt? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. In einem früheren Video habe ich gezeigt, welches Gericht bei einer Klage gegen den Mieter zuständig ist. Grundsätzlich ist bei solch einer Klage egal, wie hoch der Streitwert ist. Denn danach richtet sich in Mietsachen regelmäßig nicht die Zuständigkeit des Gerichts. Aber dennoch ist der Streitwert ein wichtiger Faktor. Er ist für die Höhe der Anwalts- und Gerichtskosten maßgeblich. Umso höher der Streitwert ist, umso höher ist das Prozessrisiko für beide Parteien. Jetzt stellt sich die Frage, wie der Streitwert bestimmt wird. Auch hier gibt es einen Grundsatz. Relevant ist der Betrag, der eingeklagt werden soll. Geht es zum Beispiel um offene Mietrückstände, so ist dieser Betrag der relevante. Soll denn zum Beispiel 20.000 Euro angeklagt werden, stellt das den Streitwert dar. Danach richten sich sowohl die Gerichtskosten als auch die Vergütung der Rechtsanwälte. Aber nicht in allen Fällen lässt sich so die Hürde streitwärts festlegen. Eine wesentliche Ausnahme ist zum Beispiel die Räumungsklage. Hier geht es ja gerade nicht um einen konkreten Betrag, der angeklagt werden soll. Stattdessen soll der Mieter die Wohnung herausgeben. Für solche Fälle hat der Gesetzgeber konkrete Regelungen aufgestellt. Im Fall der Räumungsklage sind 12 Monatsmieten maßgeblich. Ähnliches gilt auch, wenn über den Bestand eines Mietverhältnisses gestritten worden soll. Dann ist grundsätzlich die Höhe des Entgeltes maßgeblich, das sich auf die streitige Zeit bezieht. Wird also um einen Zeitraum von 9 Monaten gestritten, ergibt sich der Streitwert aus den 9 Monatsmieten. Unter dem Begriff des Entgeltes versteht der Gesetzgeber grundsätzlich nur die Netto-Kaltmiete. Die Nebenkosten werden nur dann relevant, wenn diese als pauschale vereinbart sind und nicht gesondert abgerechnet werden. Soll eine Mieterhöhung für Wohnrahmen eingeklagt werden, ist der Jahresbetrag der zusätzlich geforderten Miete relevant. Will der Vermieter also monatlich 100 Euro mehr verlangen, ergibt sich daraus ein Streitwert in Höhe von 1200 Euro. In vielen anderen Fällen gibt es keine konkreten gesetzlichen Regelungen. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Erlaubnis zur Untervermietung, bei der Anbringung einer Satellitenschüssel oder bei der Gewerberaummiete. Hier muss das jeweilige Gericht die Höhe des Streitwerts anhand des wirtschaftlichen Vorteils einer gewonnenen Klage bemessen. Ein Beispiel für den Streitwert und die Prozesskosten. Zahlt der Mieter eine Netto-Kaltmiete in Höhe von 600 Euro, ergibt sich daraus ein Streitwert in Höhe von 7200 Euro. Verklagt der Vermieter nun den Mieter auf Räumung, bedeutet das bei einem Prozess, der sich über zwei Instanzen zieht, ein Prozessrisiko in Höhe von etwas mehr als 7600 Euro. Da liegen also die Gerichtskosten höher als der Streitwert. Und wird das Gericht noch einen Sachverständigen, kommen diese Kosten noch oben drauf. Schreibt mir unten rein, welche Erfahrungen ihr bei Gericht gemacht habt. Habt ihr einmal einen Prozess geführt, bei dem am Ende die Kosten höher waren als das, was ihr bekommen habt? Schreibt es mir unten rein. Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen, Fragen und Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen in Höhe von 2.0 Euro. Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen in Höhe von 3.0 Euro. Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen.